Was willst du von einem alten Greis wie mir? Ich brauche deinen Rat. Kann es sein, dass du ein einsames Leben fürchtest? Die Leute mögen dich zu sehr. Du hast eine Aufgabe. Noch nie hatte ich jemand in unserem Alter diesen Posten. Wir sind ja wohl jung genug, um unsere Vision noch zu verwirklichen. Möchtest du mit deiner Stimme die Welt verändern? Wo haben die denn diesen kläffenden Terrier her? Ich glaube, es ist ein Yorkshire Terrier. Ich zahle Naturalien. Ihr habt aber nichts, was ich gebrauchen könnte. Tartan holt meinen Neger. Ach, vergesst es. Wenn wir es bis zur Plantage schaffen, wird das abgetan. Damit du weißt, dass du nicht länger Gott gehörst, sondern einem Mann. Dass es keine Beweise gibt, dass die Afrikaner selbst etwas gegen den Handel haben. Tu es. Du musst diese gottlosen Teufel aufhalten. Du wirst allein dastehen. Aber du kannst es schaffen. Um das finanzielle Wohl unserer Nation nicht zu gefährden, dürfen wir die Sklaverei jetzt noch nicht abfragen. Wer gegen mich ist es gegen mich? Ihr geht Ziel sicher auf einen Abgrund zu. Egal wie laut ihr schreit, ihr werdet die Stimme des Volkes nicht übertönen. Des Volkes? Du hast die Leidenschaft. Bevor ich auf dieses Schiff kam, war ich ein Prinz. Genauso wie ihr einer seid. Der Premierminister rät zur Vorsicht. Und mein Freund zur Hölle mit der Vorsicht. Merkt euch, dass vor Gott alle Menschen gleich sind. Das ist wahr geworden. Das ist wahr geworden. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!